Frau Stamirka, Frauen sind will wollten, weil wenn sie sich verzeigen, dann wird es oft nur das Schönste durch. Herr Oberbürgermeister, ich habe gleich mal eine Frage. Wissen Sie, warum der heilige Siegfried der Schutzpatron von den Ehemännern ist? Wissen Sie das? Ja, warum? Der Drachen töter. Der hat den Drachen getötet, genau. Dann könnt ihr sie aber raus. Also wie gesagt, wir waren auf der Brautschau. Wir waren bisher nicht untätig und was wir da alles gelebt haben, das sehen wir euch jetzt. Wir sind zwei Wäscheburschen, das wissen wir genau. Und alle zwei nur ledig, wir suchen eine Frau. Und alle Mäueler kommen gefragt ob uns den Kuhre hoch. Und alle Mäueler kommen gefragt ob uns den Kuhre hoch. Wir sind zwei Wäscheburschen, weil wir sie längst verlieren. Der Pfarrer braucht ja selber, er kann sie nicht entbehren. Er moant, dass für uns Bauman die Köche ins Nobel wehr. Und weil's heut so gut... Was? ...was der Schott und gibt es auch nicht her. Und weil's heut so gut... Was? Koch, der Kogel gibt das Sanitär. Was hältst du jetzt in's Lipport?